hey ho meine lieben da bin ich wieder tagesziel schaufeln und auffüllen das will ich zuallererst fertig machen da draußen und was ich danach mache weiß ich absolut noch nicht ob ich jetzt dem pu-schaum abschneiden anfangen die bretter oben zu streichen und die latten das sehen wir nachher jetzt werde ich auf alle fälle erstmal eine fette runde schaufeln dann noch mein zweites sandwich genießen von gestern ja genau leute lange rede kurzer sinn ich fange jetzt erst einmal an und wenn ihr ein bisschen was geschafft habt dann hole ich euch wieder dazu die kommentare mit dem torf in der erde für die wiese ja habt ihr gerade zu unrecht aber ich habe mir gott sei dank nicht so viel rein getan und ich werde auch in die nächste ladungen noch weniger torf reintun aber ein bisschen was möchte auf alle fälle drin haben da ist mir alles wurscht will ich haben und an samt hat man mir auch noch gesagt mit untermischen habe ich auch noch heute an säcke geholt an spiel sand sahara und ja dem möchte ich dann auch noch mit bei ich glaube dass die zweite szene heute erst leute ich habe mein brötchen schon gegessen und ein brötchen gemacht und 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 wir haben schon wieder was weiß ich wie viel spät aber ich bin hier ein ganzes stück weiter gekommen und jetzt habe ich keinen bock mal auf die die kacke hier so die kann ich auch gleich mitnehmen also wie gesagt die die spitz muss man auch noch raus graben und dann kann man das fertig auffüllen der haufen ist auch schon wieder kleiner geworden habe ich doch gewusst aber halt alles mit der hand durch das sieb doch sieben naja leute das war's jetzt mit dem video wirklich bloß auf verdammt kurzes heute aber ich komme heute nicht aus dem quark es ist einfach scheiße hier alleine heute macht irgendwie gar keine gar richtige laune heute mal wieder richtung schatten gehen wo man mich besser sieht ja macht irgendwie voll schon fast um macht irgendwie gar keinen richtigen fun heute tut mir leid ich hätte so viele baustellen markise dann die dachseiten rot anstreichen dann dieses und jenes und 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 pavillon aufbauen ich komme heute nicht aus dem quark ich habe keinen bock mehr heute ich mag nicht ich fahr jetzt heim morgen früh geht schon sehr früh los da wollen wir die einbauküche zumindest ein paar baue ein paar elemente für eine schöne küchenzeile ja und das ist morgen früh angesagt und deswegen mache ich jetzt feierabend in dem sinne tscharikowski bis morgen und morgen geht dann wieder mehr